Dies ist eine rote Tomate, nicht wahr? In deinen Augen erscheint sie rot. Auch ich behaupte, sie ist rot. Aber ist es sicher, dass dein Rot genauso aussieht wie mein Rot? Nein, ist es nicht. Denn Farben existieren nicht wirklich. Zumindest nicht außerhalb unserer Köpfe. Komm mit und schau es dir selbst an. Hier kommt ein Bündel an Lichtstrahlen von der Sonne. Lass uns die mal näher betrachten. Ein Lichtstrahl kann als eine Wellenbewegung beschrieben werden, deren Wellen winzig sind. Nur ein paar hundert Milliardstel Meter. Man sagt, dass weißes Licht aus allen Farben des Regenbogens besteht. Hier lohnt es sich jetzt, übergenau zu sein. Weißes Sonnenlicht besteht aus Lichtstrahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen. Menschen erkennen Licht mit verschiedenen Wellenlängen als verschiedene Farben. Um dies klarer zu machen, sortieren wir die Lichtstrahlen nach ihren Wellenlängen. Um Licht nach Wellenlängen zu sortieren, nutzen wir ein Prisma. Ein dreieckiges Glasstück. Die vermischten Lichtstrahlen laufen durch das Prisma. Trifft das Licht von der Luft aufs Glas, wird es gebrochen und ändert die Richtung. Die Lichtstrahlen mit der längsten Wellenlänge, sprich der niedrigsten Frequenz, werden am wenigsten gebrochen. Dafür werden Lichtstrahlen mit kürzeren Wellenlängen mehr gebrochen. Wenn das Licht auf der anderen Seite austritt, ist es zerstreut und nach Wellenlängen sortiert. Große Wellenlängen ganz oben und kleine unten. Wir haben ein Lichtspektrum. Gleich lassen wir die Lichtwellen dieses Spektrums auf ein Auge treffen. Doch zuerst schauen wir uns näher an, wie ein Menschenauge funktioniert. Auf der Rückseite des Auges sitzt die Netzhaut und dahinter deine lichtempfindlichen Zellen. Einige davon reagieren sehr empfindlich auf Licht mit bestimmten Wellenlängen. Diese Zellen nennt man Zapfen und von denen gibt es drei Arten. Eine Art der Zapfen reagiert meist auf Licht mit großen Wellenlängen. Andere sehen die mittleren Wellenlängen am besten. Und die übrigen Zapfen reagieren am stärksten auf kleinere Wellenlängen. Lass uns einen Versuch starten. Werfen wir etwas Licht mit großen Wellenlängen auf das Auge. Die entsprechenden Zapfen wachen auf und senden elektrische Signale an das Gehirn. Und Simsalabim? Wir sehen rot. Das Gehirn deutet die Signale von den Zapfen für große Wellen als rotes Licht. Kleine Änderung. Jetzt senden wir Licht mit mittleren Wellenlängen. Die für diese Wellenlängen empfindlichsten Zapfen reagieren und senden Signale an das Gehirn. Und das sieht grün. Kannst du raten, was passiert, wenn wir Lichtwellen mit kleineren Wellenlängen zum Auge senden? Genau, blau. Das menschliche Auge hat Rezeptoren, die auf drei verschiedene Farben reagieren. Rot, grün und blau. Trifft Licht mit verschiedenen Wellenlängen zeitgleich auf die Zapfen, kombiniert unser Gehirn sie, sodass wir auch andere Farben als rot, grün und blau erkennen. Farben liegen im Auge des Betrachters. Und im Gehirn. Farben liegen im Auge und Gehirn des Betrachters. Und deshalb können wir uns nicht sicher sein, dass mein Rot auch dein Rot ist.